und wie ihr schon sehen können sehen wir mal wieder heute sheriff was heißt wieder habe ich ja gut also ich habe kein rang anscheinend kann ich den kann ich den kann ich mir gut man dann gehen wir mal raus und wollen uns mal unser sheriff wagen spornen mdt login anruf anzeigen oh let's go wir haben in der letzten folge schon als blizist gespielt heute sind wir auch mal wieder die zusage ist hey let's go ob er nur so langsam fahren kann so bitte schneller ja okay ich habe keinen tank mehr ja gut leute wir sehen uns gleich hier leute ich habe mich jetzt dazu entschieden einfach bürger zu sein so beziehungsweise roleplay jobs nämlich postbote so und da fahren wir jetzt mal hin hallo es macht mich schon wieder verrückt so dann fahren wir mal dahin so ja wie lahm ist dieses auto eigentlich ah es kann auch sein dass es daran liegt dass es kaputt ist wahrscheinlich doch junge so war okay perfekt den hier ja nur den auch ja nur dieses jahr jetzt müssen wir anscheinend hierhin sondern fangen wir mal los aber warte mal war noch mal kurz zurück so muss ich das immer doch da gerade meine sachen nein ich will kein sport ich will in dieses auto einsteigen meine fresse alter links und einmal recht haben wir gerade aus müssen glaube ich kann aus so hat für 1 Kann ich das bei dem da reinpacken? Nee. Hallo, ich hab's doch gerade genommen. Ey. Aufheben, so. Öffnen. Öffnen. Junge, ey, 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 ich hasse es. Ja, dann lass mich doch in Ruhe so ein verdammtes Scheiß. Briefkasten, ey. Wird aber auch nix erklärt in diesem Kackspiel. Soll ich mal lieber dieses Spiel besser machen, ey. Schon wieder kein Bock auf dieses Spiel, ey, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Dieses Spiel ist jetzt schon wieder kacke. Wenn man dieses Spiel gemacht hat, soll sich verpissen. Woher soll ich denn wissen, ob das da rein muss? Jetzt hab ich hier wieder gesammelte Post. So, Leute. Ich hab jetzt dieses Video abgebrochen, weil dieses Kackspiel so scheiße ist, dass man es nicht spielen kann. Tut mir leid, Leute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Hau und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Seite vorbei. Der ist auf dem Navi schon verlinkt. Ich hab absolut null Bock mehr, weil dieses Spiel nur so scheiße ist. Also wortwörtlich scheiße. Da kriegt man nix erklärt. Man drückt irgendwie da drauf, falls ihr mir helfen könnt. Ähm, tut das bitte. Ich hab nämlich keine Ahnung, wie das gehen soll. Hab jetzt eurem Traumhoff. Da kommt an, Leute. Euer Sandow. Ciao. Ciao. Ciao.